Hallo? Jacky ist hier. Ach ich muss rein. Rein da. Links, rechts, geradeaus. Hier ist nix. Rechts lang? Nicht mal eine Notiz oder sowas? Na dann nicht. Oder ich bin jetzt blind. Kann auf sein. Na gut, dann halt geradeaus. Ich meine Telefonnummer war da. Schade. Und jetzt... Machen wir jetzt erstmal einen Lichtkiller. Ja, du bist aber ganz schön langsam, Kollege. Oh mein, wer sehe ich noch nicht. Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Ich möchte nur reden. Hör mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer fiss dich? Der Zombie! Was? Es ist so dunkel hier drin. Ich geh hier weg. Gefällt mir nicht. Was ist da? Holz. Da ist nix. Nein, raus hier. Munitionskasten? Warum Kasten? Ich habe eine Menge, die sich im Leben anziehen. Denn es braucht einen Human Host. Aber nicht einer, die sich und denkt für sich selbst. Wie ich. Ich habe ihn mit ihm geblieben. Okay, ich kann keine Munitur mitnehmen Schau mal auf auf mich zu ballern Wo bist du? Ernst Wo bist du? Immer weg Tiki Kurz tanken Kurz beruhigen Ich muss das Licht ausmachen zuerst Du das Licht ausmachen zuerst Ich muss das Licht ausmachen Ich muss das Licht ausmachen Ich muss das Licht ausmachen Ich schnapp mir doch einfach einen Berge Komm schon Licht Okay, bitte weg Da ist noch ein Kerl Okay Komm geh schon mal hoch Warum wartest du dann? Okay Okay, die kommen da War gerne raus Was Oder habt es gerade nicht gesehen Dass der soll aus dem Loch rauskommen Das hinterher ist eigentlich Nur äh Auferstanden quasi Keine Ahnung Ja Es speichert Ich schau mich schon gut um Meine Lampe Okay, das hört dich nicht Offenbar Ich mag die Lampe nicht Ich mag die Lampe nicht Irgendjemand soll fadern Schick hier So schon, mach du das Danke Danke dir Leiner Berserker Du bist mir schon eine große Hilfe Kriegsanleihe Was hat das mit dem Bild zu tun? Krieg Hallo Eisenbahn Kann ich Eisenbahn fahren? Ich kann hier ins Fass rein Hallo Ja, ich bin blöd Ihr habt alle Oh Jetzt sagst du dich Das wäre noch einer dabei Weil das Nur der Tentakel von meiner Finsternis Nein, ich wollte noch nicht die Leiter benutzen Ich hab doch geballert verdammte Kacke Ich wollte eigentlich noch gar nicht rein Ich war ja noch gar nicht fertig Naja, was soll Warum willst du mich so unbedingt am Leben halten? Warum willst du mich so unbedingt am Leben halten? Es ist kein zweiter mehr da Es ist auch da Okay, da steht auf der anderen Seite noch einer Jetzt ist die Frage Jetzt ist die Frage Wie komme ich da rein ohne alle auf meine Spur zu bringen Du siehst mich schon sofort da an Du siehst mich schon sofort da an Schreck Da ist schon mal noch einer Okay, ich mach hier zuerst das nicht aus Und die bleiben tot Wenn ich bin Es wird auch Kärzen verschlägt Es wird auch Kärzen verschlägt Da steht einer Genau der Okay, ich hab sie gesehen Okay, ich hab sie gesehen Wow Flick in der wieder Kommt hier keiner raus zum spiel ... ... Obwesuhte, Obwesuhte Hä? Okay, das war ein Double-K.O. Es ist ziemlich schwierig da reinzukommen. Ich bin der erste, der stirbt. Verrampft, geh auf damit. Ich bin der noch zu knapp. So. Hier ist er auch wieder. So lässt er auch noch. Hört euch das an wie die Balle an. Hört euch mal. Hört euch mal. Hört euch mal. Da unten. Bist du tot? Hört euch mal. Hört euch mal. Hört euch mal. Hört euch mal. Mach unbedingt ein Helferlein. Ein kleines Helferlein. Das mir hilft natürlich. Wie komme ich da hoch? Ich weiß nicht. Geh mal hier durch. Das wäre doch ein Fehler. Geh mal hier. Geh mal hier. Geh mal hier. So. Wo kommst du jetzt her? Geh mal hier. Steht einfach plötzlich da und sagt nichts. Idiot. Was ist jetzt meine Mission? Du hast eine Kanone gefunden. Vielleicht können wir das vorher stoppen. Können wir das schaffen? Was tun wir denn hier? Was denn? Ich sehe doch gar nichts. Ich muss hier was kaputt schießen. Ist das eine Kamikaze oder wie? Ich muss hier bestimmt hoch. Wo ist Licht? Da bist du. Okay. Weiter gehts. Was bewegt sich. Was denn? Ich fühle mich hier wie auf dem Präsentierteller irgendwie. Meine Güte. Wo, 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 wo. Was zur verdammten Hölle. Kann ich da rein? Duke öffnen. Du siehst hier nicht kaputt aus. Du bist da nicht. Ach du machst gar nichts. Armer Typ. Armer deutscher Kerl. Er kann uns gar nichts. Ja, keine Beine. Das ist irgendwie fies. Jetzt kann ich die deutsche Festung zerstören. Ja, das ist nicht träumen mehr. Das war sehr deutsch. Aber ist egal. Wie lebe ich jetzt wieder? Bitte. Bitte. Ich will doch nur leben. Ich will mich nicht weg. Geht immer nach hinten. Wer bist du? Wer bin ich? Was bin ich? Wo bin ich? Was? Du? Hey Ich habe Pauli getötet Lower East Side Okay Ja, verstanden Hm Hab ich neue Telefonnummern? Eigentlich Ja irgendwas hab ich Nee, dafür kein Bock Okay, sonst hab ich keine Nummer Aber für die Lower East Side muss ich hier auf dem Zug, oder? Schauen wir mal Oder muss ich hier raus für die Ich geh mal hier Raus? Was? Nur Großvater Du siehst komisch aus, geh mir aus dem Weg So Raspberry Street, muss ich jetzt? Oh, einen Ballonischu Besuchen wir mal das Tantchen Okay Besuchen wir mal Tantchen Sarah Für das geht ihr gut Was hab ich da bei der Knochen? Ich muss noch zur Raspberry Street Ich bin in der Thomson Street Ich bin in der Thomson Street Wenn ich da nach links laufe Ähh Brief versenden Ich hab einen Brief geschickt Was denn für ein Brief? Was denn für ein Brief? Was denn für ein Brief? Ich bin in der Thomson Street Ich hab noch zusätzliche Ziele, aber keine zusätzlichen Inhalte Sorry, das war mein Handy Äh, ich bin falsch gelaufen Ich geh mal hier durch Ich schau mal kurz mein Handy auf Lautlos währenddem ich hier laufe Ich hoffe niemand greift mich an Sorry Komme ich gar nicht durch Kacke So Ähh Pfff Was komm ich jetzt da nicht durch Kacke 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 Raspberry Street Ich mag doch Himbeeren Wo bist du dann Tantchen? Thomson Thomson Dann muss ich hier Dann bin ich in der Raspberry Street Oder? Ich hör schon was Vielleicht auch noch so wehrlos Okay Jaja Jaja, ich tu euch nix Sarah from Chatty Steht ihr da?